Ja, auch in der 2. Bundesliga kickt aktuell ein deutsches neues Top-Talent, Asan Uedraogo von Schalke 04, der in der Liga ziemlich abliefert, soll auch das Interesse von englischen Klubs geweckt haben. Wie sieht das da aus, Christian? Das ist true. Uedraogo, diesen Namen sollte man sich merken. Das Schalke-Talent ist 17 Jahre jung, hat in diesem Jahr die Fritz-Walter-Medaille im Bronze in der U17 gewonnen. Also eine tolle Auszeichnung. Aber nicht nur das. Er hat in der 2. Bundesliga acht Spiele schon absolviert, darunter ein Tor. Und daher sind die Engländer auf ihn aufmerksam geworden. Er hat Vertrag, der Vertrag verlängert sich sogar. Es ist aktuell ein Fördervertrag. Im Mai, wenn er 18 wird, wird er bis zu 27 verlängert. Wie wir aber im Sportbild aktuell berichtet haben, hat dann der Vertrag auch eine Ausstiegsklausel, die aktiviert wird. Sozusagen 20 Millionen Euro heißt es, liegt die Höhe. Das ist nicht viel. Schalke möchte ihn diese gerne abkaufen, um ebenso Avancen aus England zu verhindern. Und dass sich das Talent weiterhin in Deutschland wirklich entwickeln kann. Und vielleicht mal ein Thema wird für die Nationalmannschaft im Mittelfeld vielseitig einsetzbar. Tolles Talent.